Hallo zusammen, heute wollen wir uns YouTube ein bisschen näher anschauen, denn hier gibt es viele ungeklärte Fragen, die die Seite iWrites.info und ClickSafe zusammen in einer Themenreihe beantwortet haben. Fragen? Was für Fragen denn? Was soll das? YouTube ist super und ihr könnt es nutzen, wie es euch geöffelt. Videos angucken, herunterladen, verlinken, alles ein Kinderspiel. Halt, es ist vielleicht alles ein Kinderspiel, aber noch längst nicht alles erlaubt. Videos herunterladen ist zum Beispiel nur erlaubt, wenn du das Video ausschließlich für deinen privaten Gebrauch nutzen möchtest. Daher nur auf deinem privaten Rechner anguckst. Dann darfst du es auch für deinen eigenen Gebrauch konvertieren. Super! Dann kannst du für alle deine Freunde Musik herunterladen, brennen, weitergeben. Moment! Du darfst die Musikdatei nur an enge Freunde weitergeben und nicht weiter veröffentlichen. Das heißt, anderen öffentlich zugänglich machen. Es gibt noch eine weitere Ausnahme beim Herunterladen. Wenn du ein YouTube-Konto hast, bist du den Richtlinien von YouTube verpflichtet, die besagen, dass du keine Videos herunterladen darfst. Daran solltest du dich dann auch halten. Ach was, herunterladen ist also erlaubt! Dann kannst du dir demnächst ja den Konzertmitschnitt von deiner Lieblingsband herunterladen! Ist ja alles für umsonst! Nein, das geht nicht. Nicht genehmigte Konzertmitschnitte dürfen generell nicht bei YouTube hochgeladen werden und damit auch nicht heruntergeladen. Denn wenn er sichtlich ist, dass ein Video rechtswidrig hochgeladen wurde, darf es nicht heruntergeladen werden. Und heimliche Konzertmitschnitte verstoßen eindeutig gegen das Urheberrecht. Was soll denn das? Ich finde, du kannst doch wohl hochladen, was du möchtest! Wenn du zum Beispiel ein super Cover von deinem Lieblingslied erstellt hast, sollen das doch auch alle sehen können! Also, nix wie hochladen! Nein, das solltest du nicht. Auch wenn du es nur aus Spaß aufgenommen hast und auch kein Geld verdienen möchtest, muss der Künstler, von dem das Lied stammt, vor der Veröffentlichung um Erlaubnis gefragt werden. In Deutschland müsstest du dir bei der GEMA, das ist die Vertretung der Künstler, die Erlaubnis dafür einholen. Wenn der Verfasser oder Komponist allerdings schon über 70 Jahre tot ist, kannst du es ohne Erlaubnis hochladen. Dann darf man ja gar nichts mehr! Wie langweilig! Doch, eigene Videos, die du komplett selber erstellt hast, mit eigenen Bildern, eigener Musik, darfst du bei YouTube hochladen, um es allen anderen zu zeigen. Verlinken auf andere Videos, zum Beispiel bei Facebook, ist in den meisten Fällen übrigens erlaubt. Du siehst also, es gibt viele Regeln bei YouTube zu beachten. Du kannst das alles noch einmal ausführlich nachlesen unter dem angegebenen Link. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald!